Denn Freunde, wir drehen heute ein Kill gleich. Ein Geschenk! Für Niklas, wirklich, pro Kill, dass er macht, ich dir ein Geschenk. Oh! Oh, Baby! Jordan! Ah! Wie denn? Hä? Alter! Alter! Oh, alright. Hey, was sind Lobo Gang Gangs? Was geht ab, Freunde? Kommt zurück zu meinem Video auf den Kanal. Also, heute kommt das Video mit MC Niki zum Start. Heute mit MC Niki, Freunde, nehmen wir heute ein krankes Video. Wirklich ein sehr, sehr krankes Video. Wir sind da schon seit 9 Uhr morgens wach und bereiten dieses Video vor, Freunde. Denn, Freunde, wir drehen heute ein Kill gleich. Ein Geschenk! Für Niklas, wirklich, pro Kill, dass er macht, ich dir ein Geschenk eingepackt. Und er weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Ich hoffe, natürlich, Niki macht ein paar mehr Kills, damit er ein paar mehr Sachen noch bekommt. Weil es ist ja Weihnachten, Freunde. Wir wissen, wir wollen den Leuten was zurückgeben. Und vor allem Niki was zurückgeben. Hier, Bro, das ist dann eine Belohnung auf jeden Fall, Leute. Auch danke an euch, dass ihr uns das ganze Jahr unterstützt, Freunde. Es sind Lobo Gang Gangs. Ihr seid die allerbesten. Und wir wollen eine Xbox verlosen. Deswegen, Leute, abonniert den Kanal, damit wir die Verlosung machen können. Und ja, ich bin super gespannt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Kills Niki machen wir, Freunde. Deswegen, Niki, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Folgt mir auf Instagram. Ich heiße dort SettiPro. Ich heiße auf Instagram MC-Niki. Deswegen folgt Niki und mir auf jeden Fall auf Instagram, Freunde. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr cooler Content. Deswegen abonniert uns auch auf Instagram, Leute. Ein krankes Video. Ein Kiglech, ein Geschenk mit Niklas. Wie viele Geschenke kann er heute absahen an Weihnachten? Deswegen, Leute. Und um uns ein Weihnachtsgeschenk zu machen, was wollen die Leute machen? Teilt den Kanal mit allen neuen Freunden. Instagram, Snapchat und WhatsApp. Und macht uns eine Freude. Und macht die 200k voll. Leute, zu Weihnachten wünschen wir uns nur von euch, dass ihr uns abonniert, Leute. Danke an euch auf jeden Fall. Kuss geht raus. Deswegen, ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1. Let's go. Okay, Freunde, wir starten jetzt rein. Niki, es ist deine Chance. Er hat eine Runde, ein Kill gleich. Ein Geschenk. Ich würde auf jeden Fall jetzt sehr gut spielen, Niki. Eine Runde nur? Eine Runde, bro. Okay, Leute, wir landen bei der Farm. Franty Farm. Franty Farm. Deswegen, Leute, ich bin echt gespannt, Niki. Wie denkst du, willst du heute mitnehmen? Wie viele? Aha, Junge. Ich bin schon richtig geiler Spieler, Junge. Was waren sie für Kills werden das? Also, 8, 9. 8, 9 Kills. Ja, ne klein, Junge, ich bin Pro-Player. Das ist schon krass, 8, 9 Kills ist schon auf jeden Fall krass. Deswegen, Leute, er hat auf jeden Fall normale Waffen, würde ich mal behaupten. Ich bin auch gespannt, ey. Ich habe viele Sachen gekauft. Vielleicht habe ich auch zu viele gekauft. Er kriegt natürlich nur so viele, wie er sich auch verdient. Deswegen, Niki, spiel gut. Spiel stark, spiel schlau. Wie gesagt, Niki spielt ja auf PC-Servern. Das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Auf PC-Servern werden viele gesniped. Ja, auf PC wird man richtig oft gesniped. Da ist einer. Ja, kannst du dir das erste Geschenk behaupten, jetzt? Kannst du dir das erste Geschenk behaupten, jetzt? Oh, ich höre gar nichts. Erste schon, Freunde. Erste schon, Freunde. Kann Niki das erste Geschenk bekommen? Oh, Gasse! Oh, Gasse, ist weiter. Oh, Gasse! Okay, erstes, Freunde. Erstes Geschenk, Freunde. Das erste Geschenk für Niklas ist am Start, Bruder! Und Niki würde sagen, hier ist das erste Geschenk. Okay, das kann sein. Nein. Pass auf, ich mach schnell auf. Was kann sein? Reiß, reiß richtig. Reiß! Ich hab auch immer Gas, ich hab immer gerissen. Ja! Da ist es! Alter, Freunde, was kann das sein, Niki? Zehner PSN zum Aufbausgast. Erste Geschenk, seine Zehner PSN, Freunde. Wie, Box, wir haben wieder aufgeladen. Ja, Sir! Oh, da kommt einer, da kommt einer vorhin. Erster, der Slow, der Slow, okay, der Slow, Freunde. Das ist, glaube ich, ein easy zweites Geschenk für Niki. It's your boy 21, Freunde. Da gilt das zweite Geschenk an Niki. Danke an It's your boy 21. Denn Niki hat ein zweites Geschenk. Für den zweiten Kilchen Niki ein zweites Geschenk, wir sehen können. Hier ist die zwei auf, in der Kilchen überreicht es dir aus. Leute, was kann das sein? Ich bin auch gespannt, Freunde. Boah, direkt. Es ist ein Oberteil von Diesel. Das von Diesel. Whatever, 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 Diesel. Fresh? Ja. Da geht uns auf jeden Fall rocken. Das ist ein neues Oberteil. Und dann bist du auf dein coolst in der Klasse, Bro. Das ist das Logo. Gletsch ein, Bro. Okay, Freunde, da wird direkt auf ihn geschossen. Ich bin echt gespannt. Francie Farm, Alter. Francie Farm. Lübiton, oder? Was trägst du? Lübiton? Okay, Leute, weiter geht's. Wo ist der? Oh, Baby, ich habe mir in die Hose geschissen. Papa! Na, wo ist er? Ja, zeig dich. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich bin noch ein Schengen. Wo sind welche Gegner? Aber das sind noch 33 Gegner, nicht? Ich würde ein bisschen Gas geben. Wo willst du ein paar mehr Geschenke? Das ist ein paar Geschenke, ist ja absolut low, oder nicht? Man, Lübiton fahren die ganze Zeit nur, Freunde. Ich hoffe, es kommen ja auch keine Gegner. Es muss aber ein nächster Gegner kommen. Ich brauche mit, um zu bauen. Was willst du von mir? Wer will denn noch zwei Geschenke nach Hause nehmen bei so einer Möglichkeit? Freunde, seid mal ehrlich. Wie würdet ihr spielen, wenn ihr die Chance habt, ein Geschenk pro Kitz zu bekommen? Ich würde... Ich würde mir ausziehen, ich würde mir die Sonne... Du bist rausgegangen. Ich würde mir ausziehen, ich würde mir eincremen mit Sonnenkleben. Hä? Ohhhh... Der war drauf! Ah, 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 ah... Ah, der Becker macht das beste. Okay, Niki, Samy, das plant ihr noch ein bisschen... Mögen, ein Snipfer drauf! Es sind 26 Gegner, Niki, ich würde ernsthaft in Erwägung ziehen, eine Kill zu machen. Äh, mein Snipfer ist... Hä, schieß doch! Oh, oh, Alter! Ja, guck! Jetzt machen die Gölze auch bei mir. Oh! Alter, das ist fern, der regt mich irgendwie auf. Komm! Steh hier rein, Vincent! Steh hier, Lübit! Jaaa! Dritter Kill, meine Damen und Herren! Sprich, Niki bekommt drei Geschenke! Kommen wir nun zum Numero Tres! Ich bin gepärbt! Reiß auf! Oh, oh! Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Das ist ein Fuss! Schnell mal auf! Schnell mal auf! Setz dich mal drauf! Ja, was hast du gedacht, Niki? Ja, was hast du gedacht! Weiter geht's! Oh, 110er! Kann es das vierte werden? Es kann das vierte werden! Es soll das vierte werden! Ich gönn's dir, Niki! Heute das vierte! Ohhhh! Es ist das vierte! Ravenstarker99! Danke! Niki hat wegen dir ein viertes Geschenk abgesagt! Geil! Freunde, das vierte Geschenk ist am Start! Wie ein größeres! Wir sehen konnten, haben wir alles selber eingepackt mit Liebe! Hier, die vier steht für das vierte Geschenk, was Niki bekommt! Hier ist es, Niki! Pass auf! Oh, Baby! Jordan! Jordan! Ein Jordan-Air-Oberteil! Oh, fresh! Frisch! Wir wussten nicht genau seine Größe! Er wird aber auf jeden Fall reinwachsen! Wenn sie jetzt noch zu groß ist! Ja, noch ein bisschen zu groß! Aber er wird da reinwachsen! Er wird da reinwachsen, Freunde! Jedenfall! Fresh! Ah, das sieht heftig aus! Wenn er da erstmal reinwächst, Freunde! Das ist auf jeden Fall ein fresher Jordan-Spieler! Zeig mir, Niki! Oh, Baby! Oh, oh! Yeah, Jordan! Leute, weiter geht's! Geil! Oh, da ist noch einer! Was ist denn jetzt los? Mann, Freunde! Freunde, ich hoffe nicht so viel! Ich habe so viel gekauft, aber dann kann ich den Rest ja noch zurückgeben! Versteht ihr? Die Ausländer hat da gekriegt... Eine Zehnheitschaft! Ey, der ist der Absolut- Der ist der Absolut- Es ist schon der fünfte Geschenk! Und... Freut mich wahrscheinlich, was ist Numero 5? Leute, Nummer 5 ist... Was hier, Niki? Nämlich... Guckt ihr da hin, Leute! Wir haben auf der PS4 seinen Account geöffnet! Ey, Geschenk! Oh! Oh! Noch ein Geschenk! Wir haben Niki zwei Sachen geschenkt! Zeig's, Niki! Was haben wir dir geschenkt? Eine neue Spitzhacke! Oh mein Gott! Und ein Dance! Und ein Dance! Und du kannst auch ein Geschenk oben aufmachen! Heftig, oder? Nee, danke, Mann! Was? Woher kommen die? Nee, nichts mehr! Was macht der denn? Sechs, Leute! Sechs Geschenke vor Weihnachten! Er kriegt ja auch noch zu Weihnachten ein Geschenk! Digga! Kommen wir zu Nummer 6, Freunde! Sechs sieht so aus... Sehr ähnlich, wie wir es schon am Anfang hatten! Kraft, Niki! Reißen! Zeig deine Muggis! Das haben wir fest zugemacht! Oh, was haben wir da denn? Was haben wir da denn? Was haben wir da denn? Die nächste PSN! 20 Euro PSN Freunde hier! Beide kostenlos! Bis jetzt! 20 Euro! Weiter! Ich muss mal gucken, was da oben steht! 0! 0! 0! Super! Und jetzt? 2.000 auf! Danke! Ey, es darf einfach nicht zweistellig werden! Aber dann ist doch gut! Bitte eine 20 Euro! 20 Euro! Eine 20 Euro! Eine 20 Euro! Eine 20 Euro! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 3! 4! 4! 4! 1! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 3! Und ich war bis jetzt in der Stadt und hab einfach Geschenke geholt! Ich hätt einfach 3 holen können! 3! Für dich vielleicht, wenn du 3 Kids machst! Ich hab auch 15 geholt! Mal schauen, wie viel er bekommt! Ich hoffe nicht so viele, bitte, bitte. Du bist echt geflogen. Ja, ja. Ha, ha, wieder geklaut. Nö. Wieder geklaut, oder? Mein Kühl. Was? Ja, das ist es. WG. Acht Leute, acht Geschenke. Oh mein Gott, Leute. Nummer acht, es ist soweit. Das ist das dickste Geschenk, also von der Größe. Niki, bist du high? Bist du high? Bist du high? Bist high? Und als Dank generell, dass er in meinen Videos dabei ist. Geh, Niki, Nummer acht. Ja. Was haben wir da? Was ist das dick? Das ist so dick, Freunde. Oh mein Gott! Jordan. Wuhu! Lieber größer als zu klein, ist das jetzt noch ein bisschen zu groß. Aber du wirst auf jeden Fall reinwachsen, Niki. Wenn er da reingewachsen ist, dann hier und da drunter hat er noch einen Ereiter. Doppel Jordan, bro! Das ist so ein Kissen, oder was? Leute, ich dachte, das wären das nur so big, fette Kissen. Und dann kommt einfach die krassen, die Jordan. Jordan. Wann geht's ne? Acht Geschenke. Neun Geschenke. Was ist denn das? Wettbewerbsvorzehrung. Neun Geschenke? Ja, wo sind wir denn, EO? Wo sind wir denn, EO? Echt? Sollen wir das selber mit Nora machen? Auf jeden Fall, wie viele Likes? Zehn? Tausend Likes, auch wenn ihr das auch mal mit mir machen wollt. So, Leute, hier ist das neue Geschenk von Niki. Öffnet es. Zeit schon so drittes, Leute. Oh, ho, ho! Baby! Junge! Drei mal zehn Euro PSN. Also 30 Euro PSN. Bro, Alter. Die wird heute aber richtig gegönnt, ne? Das andere Papier. Oh, baby. Okay, Leute, geht's weiter. Schafft ihr doch. Oder wollte ich in Teil 2, dass ich die Mama... Nora mache. Stimmt, wollte ich das mal mit Nora mache. Weil da weiß ich nicht, da gibt's wenig Geschenke. 15.000, Junge. 15.000, nein, Leute. 10.000 ist schon gut. Macht 10.000 Likes voll auf jeden Fall. Und vergisst du mir nicht auf Instagram zu folgen. Ich heißt so, ZBProd. Und Niki heißt so, MC-Niki. Und Felix heißt dort, Nero. Neun reichen, neun Geschenke reichen. Er noch zwei Mädels, nein. Schafft er das noch? Felix, schafft er das noch? Ja. Niki, bitte nicht. Nein. Er hat sich wieder geändert. Was? Ja. Du warst schon auf 5. Ich glaub, das wird nix. Ich glaub, das wird nix. Easy, Junge. Easy, komm. Du bist doch weiterlaufen, kein Safe. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Nein. Das schafft er, Freunde. Das schafft er sogar noch. Wie viel Glück kannst du denn haben? Die Mädels haben deinen Gött gerettet. Ey, fuck. Und er hat noch zwei Gegner, Freunde. Ey, das wär... Glaubt ihr, es wird zweistellig, Freunde? Ich weiß nicht. Ich glaube, er macht 10. Er muss ja irgendwie. Obwohl. Ich! Ja, okay. Entweder steht jetzt oder er macht 10, Kills, glaube ich. Ich! Kommt, keine Mets. Keine Mets. Freunde, zwei, 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 drei. Ach! Ein 30er. Ein 30er. Er hat ein Schild. Du bist tot. Oh! Oh! Zehn Leben, Freunde. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. In der Tat. Ich hab nicht mehr Smits. Oh, oh, oh. Ja, du bist nicht mehr. Zehn, Leute. Neun. Geschenke. Neun 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 Geschenke. Wie denn? Hä? Leute, das zehnte Geschenk für seinen zehnten Kill. Und nämlich ist es wieder etwas größer, Niki. Dein vorletztes, Niki. Also es kommt nämlich nur noch eins. Und das wird sehr krass. So, kommen wir zum zehnten. Junge, wie hart noch zugeklebt. Ich hab das noch hart zugeklebt. Weiß. Weiß. Ein Rollkragenpulli. Boah, diesen Fresh, Alter. Diesen Fresh. Auf Herren-Style angelehnt. Siehst du aus wie so ein Boss. Junge. Niki, ich würd mal sagen, zieh die anderen Sachen aus. Gönnt ihr mal diesen Rollkragenpulli, damit wir alle sehen, wie das aussieht. Das ist der Nächste. Oh mein Gott. Der Nächste ist doch schon. Einer. Einer. Da ist er doch. Was ist denn mit dem los? Oder mit der? Wie kann man sich denn so öffnen? Der hat ja so jemand. Oh Junge. So ist jetzt das. Wie kann man so viel Glück haben? Nur so spät, Mann. Hey Leute, da haben wir noch elf Geschenke. So, dann kommen wir zum letzten. Wonach sieht das wohl aus? Etwa einem iPhone? Freunde, das letzte ist hier. Die Nummer elf. Niki, nimm es. Ja. Alter. Alter. Ich habe das so, wie er denn in ihr? Er ist so, wie er denn in ihr? Er ist so, wie er denn in ihr? Ja. Hör. 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 Er hat doch schon ein Handy, das ist ein kleiner Joke. Dann hast du in Fortnite ein Geschenk mehr bekommen. Du hast in Fortnite drei Geschenke bekommen. Und er dachte erst mal so nice und dann... Also Alter! Oh Baby, look at this bro! Okay Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr von solchen geilen Videos wollt, wie viele Likes wollen wir sehen, Niki? 15.000! Abonniert den Kanal, werdet ein Teil der Cinelobro Gang Gang Gangs! Und Nora, was guckst du so? Film sie mal! Abonniert auf jeden Fall, werdet ein Teil, macht uns die 200k Fall! Niki wurde reichlich beschenkt heute! Mein Schatz ist runtergefallen! Schatz, hitt mal auf! Und Leute, noch mal ein Witz zu, im Ende braucht man auch keinen Scherz! Ich bin selbst reingefallen, ne? Das ist auch reingefallen, Leute! Haben wir es alle noch mal? Hubschrappen! Nämlich! Hubschrappen! Abonniert den Kanal, always stay fresh und peace! Do gardener! Dropit! транcer stigma во كل